Wir sind der sechste. Wir sind der sechste. Der 11.6.2022. Und da bist du Spatz. Und jetzt möchtest du noch feiner Messe da draussen. Die Spalde sieht man heute auch die ganze Zeit, es war einfach still. Und ruhig fliegen. Jetzt sind noch zwei Räume vorbeigeflogen, ob ich schrank jetzt nicht. Okay. Okay. Okay.